So, 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 YouTube. Wir sind wieder bei der Projektilmedizin und hauen voll rein und warten immer noch auf den Zug. Also, ich muss ja sagen, wir haben das Spiel auf maximaler Geschwindigkeit, es passiert nicht viel und man muss halt warten, bis dieser Zug kommt. Und wir haben die Mondpocken entdeckt. Sehr schön. Alle Patienten wurden behandelt. Mondpocken sind AD. Und wir haben wieder einen Anruf und kriegen eine Belohnung. Jawohl. Das Subportal steigert den Fluss von Patienten. Ah, krass. Ah, wir sollen es doch einsetzen. Wo ist denn Subportal? Boah, das ist ja so riesig. Ja, dafür haben wir keinen Platz. Okay, irgendwas ist explodiert. Ich meine, wir haben gerade das Geld. Also, würde ich sagen, kaufen wir hier einfach mal die Räumlichkeiten, oder? So. Dann können wir zur Not jederzeit erweitern, wenn es irgendwo Probleme gibt. Gelierung haben wir aktuell als Hauptproblem. Wie sieht es denn mit der Raumübersicht aus? Das Hautlabor hat schon wieder Sex. Und die Knochenkammer. Okay, die Knochenkammer, da haben wir nur eine, die ist echt überlastet. Ähm. Da, duplizieren. Ich würde jetzt auch kein neues Layout im Werfen, nicht? Ich würde das einfach erstmal stupide übernehmen. Und hier absetzen. Ich dachte, da ist so ein Vieh. Da ist das Vieh. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Arzt. Juni Koko. Weniger Forschung macht aber weniger kaputt. Finde ich gut. Eingestellt. Und dann sieht das auch wieder okay aus. Hautlabor halt. Ein kleiner Bus steht da auf den Schienen. Clem Banzig. Oh oh. Ich bin's. Clem Banzig. Du wirst auf jeden Fall priorisiert. Der sieht aus wie von KISS. Naja, und er steht mit seinem Bus mitten auf den Schienen und blockiert alles. Und der hat nur vier Minuten, dann muss er wieder in seinen Bus. Das kriegen wir doch hin. Ärzte Verbesserung. Telepad. Ich hole mir ein Telepad. Drei Stück. Das ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir ein Telepad hier nebenhin. Ein Telepad hier nebenhin. Und ein Telepad dahin. Dann können die Ärzte von hier sich da vor diesen Raum teleportieren. Und das dreckig. Warte mal, hast du ein Reinigungs-Bot? Sehr gut. Dann setzen wir da noch einen ein. Können die das hier alles säubern. Haben anscheinend wieder irgendwelche Wanzen. Die alles dreckig machen hier. Das, ja. Da sind so Schleimdinger. Ey. Der Mann singt noch zwei Minuten. Im Traumatorium. Okay. Wird aber gerade schon behandelt. Und dann wäre er durch. Sehr gut. Dann haben wir es geschafft. Dann ist der behandelt. Endlich fühle ich mich wieder wie ich selbst. Sehr gut. Tschüssi. Koski. Wie, du willst noch mehr mit uns reden? So. Noch irgendwelche Räume. Die Diagnose ist überlastet. Und das Hautlabor. Hm. Ich würde auch sagen, ein neuer Empfang brauchen wir auch nochmal irgendwie. Vielleicht auf der Seite. Ich meine, hier kann man nicht eh nichts hinsetzen, nicht? Machen wir den da hin. Was haben wir denn noch so? Bänke, glaube ich. Können hier auch nicht hin. Shit. Schade. Ich dachte, wegen sie eine Bank kann hier hin. Eine Toilette wird hier aber hin können. Einkaufsautomat. Ja. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das doch schon mal da. Dann würde ich sagen, ziehen wir aber das Ding um. Nitro, du kriegst einen neuen Arbeitsplatz. Ja, das passt hier nicht so hin, nicht? Hm. Ja, doch. Geht schon. Weil ich will lieber hier die Behandlungsräume und hier drüben noch ein, zwei Diagnosen dann haben. Äh, nee. Ich will den Raum kopien. Ja. Ja, okay. Da muss ich aufpassen. Was ist denn das hier? Das ist die Toilettenkapsel. Ja, dann kommt die weg. Nach hier oben oder so. Und dann vielleicht noch ein Raum. Diagnose. Jetzt ist so die Sache. Okay. Ich muss hier den ersten aus dem Weg räumen. Das wird also nicht gehen. Wir müssen... Ey. Wir müssen noch eins nach vorne. Kriegen wir doch hin. Duplizieren. Sehr gut. Du kannst noch einen zurück. Passt. Okay. Da würde ich Holo-Ärzte aber einsetzen. Wo haben wir denn Holo-Ärzte? Ah, Bas ist gerade nicht da. Kann ich das bauen? Technik. Holo-Arzt. Kann ich anscheinend bauen. Dann bauen wir auf jeden Fall einen Holo-Ärzte. Und einen kaufen wir noch. Oder rekrutieren wir noch. Hier. Assistenzarzt. Missona Verde. Macht Sachen kaputt. Nicht so gut. Geht oft auf Toilette. Nicht so gut. Weniger Einfluss. Werden sich okay. Ne, wir gucken mal. Wir brauchen neue. Unfall gefährdet. Ne, will ich nicht. Was haben wir da? Weniger Erfahrung. Ja, nehmen wir sie. Oh ne, warte. Aber du wirst einen anderen Raum zugewiesen. Dem da. Warte. So. Geht doch. Da ist ja der Holo-Arzt drin. Nein. Nochmal. Wie kann ich das aufheben? Teleportieren ist es nur. Gedanken. Personalkosten. Arzt festlegen. Hi. Hm. Okay. Einfache Lösung. Der Holo-Arzt kommt rüber. Er kann sich spezialisieren. Aber nicht in dem, wo er könnte. Er ist im Traumatarium zugewiesen. Äh. Ja, dann gar nicht. Arzt benötigt. Okay. Ich hab den Überblick über meine Ärzte verloren. Die kann man noch nicht sortieren, oder? Ich hab nur ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ärzte. Kann doch gar nicht sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Ärzte brauche ich doch. Achso, das sind neue. Das sind nicht meine. Äh. Das sind die Fachärzte. Hier. Okay. Kann man auch sortieren. Du bist keinem Raum zugeordnet. Ja, aber du bist doch Diagnose 3 zugeordnet. Die sind nur aktuell nicht in dem Raum drin, nicht? Aber das, das mag ich gar nicht. Wir haben so wenig Medibots. Okay. Aber, wir haben zwei Diagnose. Okay, und die anderen haben sich gerade... Ich muss eher über die Dinger gehen, nicht? Also, zweimal Diagnose. Einmal Traumatorium. Dreimal Diagnose. Zweimal Knochen. Zweimal Haut. Nochmal Diagnose. Viermal Diagnose hab ich eigentlich. Ja, okay, dann komm. Dann kriegst du Laserschirurgie noch oder sowas. Arzt benötigt. Ja, der wird schon kommen, der Arzt. Du hast kein Arzt zugewiesen. Also, da fehlt mir wirklich bei dem Spiel aber die Übersicht. So, ist jetzt kein Arzt zugewiesen? Ist gar keiner gerade nur drin, weil er Pause macht? Also, jetzt ist ja einer auf einmal drin. Drei Sekunden später. So, dann weist mich doch nicht darauf hin, dass irgendein Problem existiert. Nur weil er Pause macht, ist das doch kein Problem. Zwei von denen, kostenlos. Einen kann ich kostenlos nehmen. Das ist aber okay. Mein Kaufen war. Wir haben so wenige, hab ich gesehen. Du, 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 du die stimme erforschen wir überhaupt was ja fest die kose laser chirurgie traumarium traumatarium ok laser chirurgie war was das hier wartet sehr kritisch und traumarium das kopieren wir auch wir ärzte für traumatarium und wo sind die denn da aber zerstört die sachen das finde ich immer blöd das ist der hier unfallgefährdet ne auch blöd keine fürs traumatarium oder für die laser chirurgie zusätzliche einfluss erst mir auch egal die können hier mal alle weg auch spezialärzte ganz weg das hilft mir jetzt auch nicht ok wir gucken noch mal wir lehnen mal alle ablehnen das hätte ich auch machen können ich kann eigentlich direkt direkt nicht da endlich mal einer unfallgefährdet boah dann direkt so ein idiot da haben wir doch zwei weniger einfluss fügt patienten weniger schaden zu da sehr gut und jetzt noch traumatarium weniger forschung generiert mehr credits finde ich gut ja 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 du hast keine bank wirklich nur am meckern wir richten das hier gerade alles neu für euch ein und ihr könnt nur meckern Toilette wollte auch noch bestimmt obwohl da vorne ist ja eine aber kriegen hier trotzdem noch eine und noch ein Nahrungsding ja 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 schön neben der Toilette da könnt ihr euch euren Scheiß rausholen und Mülleimer ganz wichtig die machen wir vielleicht hier hin hier fehlt nämlich auch ein Mülleimer ähm machen wir den da in die Ecke so ist auch kein Mülleimer passt aber hier noch hin sehr gut kriegen wir hier noch irgendwie so ein Spind für Deko hin jawoll sehr gut einen Trainer brauchen wir nicht hier so ein Werbeding oh dann können sie sich den Scheiß da angucken das habt ihr nun davon und ein paar Plakate wie die Sachen gefährlich sind und einen schönen Teppich so hier im Empfang fehlt auch noch ein schöner Teppich vielleicht auch ein paar Poster aber hier sind keine Wände nicht auf der Seite ah hier sind keine Bänke uh Glück gehabt eine Bank passt hin und Blumen fehlen noch passen hier sogar hin sehr geil was? Nutschfallpatienten? oh oh hopps so Raumübersicht noch ein Kammer gerade voll ich glaube wegen den Spezialpatienten Flurauslastung mal rate Wartezeit also Behandlung passt noch der Durchsatz steigt auch kontinuierlich Gesundheit ist okay Wartezeit geht gerade so Handlungsqualität ja weil wir unsere Ärzte nicht ausbilden Patienten ist okay Personal ist auch okay Personalraumkapazität könnte langsam Probleme machen kuriose Deko fehlt noch ein bisschen okay das kriegen wir hin Finanzen machen auf jeden Fall jetzt ein Plus wir nehmen richtig hier ein machen wir hier so ein Opensteed oder sowas ran hier wenn das kurios ist bitte dann kriegt ihr eure kuriose Deko da überall hin dann A hier noch ein schönes B man kann auch die Farben und sowas von einem ändern aber das mach ich auch nie oh noch ein Blümchen dazu noch ein schönes Poster wir können ja auch hier Poster noch freischalten es gibt so viele Sachen zum freischalten Scheiben Zitronen Skins ganz kuriose Pflanzen noch mehr Bilder Crash Dummies Geschosswagen medizinisches Präzisionsvisier oha okay Energiespule Zentrifuge Datenkonsole Plattenspieler Drohnentisch Gummiknochen Drahtrolle Notausschalter Ausgleichstank Hm Ja braucht man nicht 15 Krankheiten haben wir erst Und der Zug hier springt ständig irgendwie hin und her Fräer oder oder do Ja oder 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 ja oder oder Spezialisierung verfügbar. Was eigentlich Traumarium oder Forschungslabor? Komm einfach hier. Dann kriegst du noch Traumarium. Und du bist eigentlich in der Forschung kriegst du die Zentrifuge. Kriegen wieder Geld und Punkte und Co. Nehmen wir natürlich gerne an. Okay. Der Typ gibt uns irgendwelche Toxindosen, die wir nicht brauchen. Okay. Ein Kanisterproblem. Arzt benötigt. Okay, ich stelle noch einen Diagnosearzt ein. Weniger Credits. Finde ich nicht so gut. Verärgert Leute. Finde ich ganz schlimm. Das ist mit das Blödeste, was man haben kann. Wir brauchen, glaube ich, noch einen bei der... Zentrifugiekraft. Patienten töten? Ne. Ganz sicher nicht. Schneller. Yuya Idol. Yuya Idol. Verursacht Schaden. Er ist auch blöd. Das sind schon wieder diese komischen Viecher da. Ich glaube ja. Wir brauchen eigentlich Diagnose. Ich mache mal alle ablehnen. Wir brauchen neue Ärzte. Macht Patienten sauer. Nein. Den hier will ich einstellen. Einfach so. Du würdest noch Forschung generieren. Wird immer noch gesucht. Okay. Wir können schon wieder Zocker einstellen. Aber wir haben Zocker doch schon eingestellt. Hm. Wir brauchen noch einen Diagnostiker. Oh, wir haben neue Pflanzen freigeschaltet. Oh, wir haben eine kostenlose Sache. Nehmen wir natürlich mit. Ja. Neue Pflanzen. Sehr geil. Alle ablehnen einfach. Krass. Sachen kaputt. Das wäre okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist blöd. Das wäre okay. Diagnostiker brauchen wir. Alle nochmal weg. Wir brauchen Diagnostiker. Da. Aber er hat doofe Werte. Was hast du? Stimmungsverbessert. Generiert weniger Erfahrung. Ah, ist mir egal. Einstellen. Irgendwo hier. Da wird schon was finden. Wow. Aber die sind nicht dramatisch. Die können weiter ganz normal geflickt werden. Die Leute. Und der Zug fährt gleich ein. Da bin ich mal gespannt. Ich sehe hier warten sehr viele. Auf was warten die denn? Laserschirurgie nicht. Laser chirurgie nicht. Ah, da ist ein Ein- und Ausgang. Oh, da kann ich den gar nicht hinsetzen. Oh, das geht nicht, weil das zu eng wäre hiermit. Okay. Machen wir das dahin oder so. Dann dopplizieren wir den Raum. Sondern noch einen... Töte Patienten. Nee, weg damit. Alle ablehnen. Weniger Credits, aber schneller. Das finde ich gut. Wo kommt es da hin? So, was haben wir noch? Laserschirurgie. Zentrifuge. Traumarium. Zentrifuge haben wir erst einmal nicht. Die können wir noch mal duplizieren. Oh, auf der Seite fehlen ja auch noch die Sitzplätze. Haben wir denn einen Arzt für Zentrifugalkraft? Und ein Traumarium-Dingens. Können wir auch noch mal bauen. Okay. Okay. Also, ein... Das war ein Hautlabor. Ich glaube, Hautlabor ist aber auch okay. Was ist eigentlich das hier? Traumarium. Tötet Patienten? Tötet Patienten? Okay, also ein Hautlabor und ein Traumarium. Tötet Patienten? Tötet Patienten? Tötet Patienten? Nee. Okay, haben keinen guten Arzt. Hallo, Lightrow! Heute ohne Musik? Für immer ohne Musik. Sicher ist sicher. Du musst jetzt ins Bett. Dann auf Wiedersehen. Zisolin. So. Daheim ist daheim. Zikilo Oat... Stardust... Xeno der Fisch. Weniger Forschung, aber... keine, die wir bräuchten, nee. Okay, noch mal weg. Juhu! Wir haben schon wieder Punkte bekommen. Und jetzt noch ein Telepad. Das ist gut, das können wir hier hinsetzen Die kostenlosen Sachen Nehmen wir auch mit Wir haben ja so viel Geld Das Subportal, das könnten wir hier Aufbauen Weiß halt nicht, was es macht Aber Ja Und ein Pad Davor Keine Ahnung Und dann mit den neuen Pflanzen Das sind Sitzplätze Oh, ich glaube dann Sind die halbwegs zufrieden Eine Toilette fehlt hier noch auf jeden Fall Kriegen wir auch irgendwo unter Hier an den Rand Hier ist nichts Da kann noch eine Toilette hin Kommt hier erstmal Eine Toilette hin Und Mülleimer brauchen wir Auch noch Machen wir einfach davor Dann deckt er alles ab Essen, trinken fehlt noch Kommt neben die Toilette Klassisch Wie es sich gehört So, dann ist es auch abgedeckt Deko fehlt theoretisch auch noch Zwang So 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 ein Open Ship Wenn man hier ankommt Schön Kuriose Deko Das mögen sie ja auch Dann machen wir hier so die kuriosen Sachen hin Und noch ein paar Blömschen Da haben wir auch die neuen Dann würde ich auch die neuen Blumen einsetzen Nicht wahr So So Sollte erstmal reichen Wir haben Sitzbänke Wir haben Mülleimer Und Und Dann bauen wir dazu auf Ja Passt oder Den kriegen wir hier nicht irgendwo noch So blöd Manke stellt Dann brauchen wir die beiden Ärzte Einfach Also Knochenbrecher Weniger Credits Fügt weniger Schaden zu Finde ich gut Traumatarium Tötet Patienten Ne Können wir alle ablehnen Wir müssen neue Ärzte generieren Keiner dabei gewesen Ich weiß nicht was das Ding hier macht Traumatarium Hier Ist wie beim Müll fallen Auch blöd Was möchtest du denn Er möchte dass wir eine neue Folge starten Bis gleich